Herzlich willkommen zu Recht im Ohr, dem Podcast zu aktuellen Rechtsthemen mit Dennis Hillemann. Dennis ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner einer international tätigen Rechtsanwaltskanzlei. Seine Gäste und er sprechen vor allem über neue Gesetze und zukunftsweisende Technologien. Alle in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich Meinungen von Dennis und seinen Gästen und stellen keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung dar. Wir wünschen euch viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann, ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und betreue mit meinem Team zurzeit zahlreiche Fälle bei den Überbrückungshilfen. Gerne lade ich Sie ein, sich meinem Netzwerk www.überbrückungshilfe-netzwerk.de anzuschließen, in dem mehr als 1.000 Steuerberaterinnen und Steuerberater aktuelle Themen der Überbrückungshilfe diskutieren. Meine Kontaktdaten finden Sie im Übrigen in den Shownotes. Heute möchte ich mich einem Thema widmen, das sehr aktuell ist, und zwar geht es um das Thema Unternehmensverbund und Familie. Wenn Sie diesen Podcast hören, kennen Sie sicherlich die Problematik, dass bei den Unternehmensverbünden die Bewegungsstellen davon ausgehen, dass eine familiäre Verbindung bereits ausreicht, um unwiderlegbar ein gemeinsames Handeln und in der Folge dann einen Unternehmensverbund anzunehmen. Das bedeutet beispielsweise Ehemann und Ehefrau, Bruder und Schwester, Vater und Sohn bilden immer unwiderlegbar aus Sicht der Bewilligungsstellen eine gemeinsam handelnde Gruppe. Haben diese Leute dann Unternehmungen, die auf einem gleichen oder benachbarten Markt tätig sind, oder haben die Unternehmen, die zwar nicht auf dem gleichen Markt tätig sind, aber untereinander Leistungsbeziehungen, so kann das dazu führen, dass sehr schnell Unternehmensverbünde angenommen werden. Dazu habe ich ja zahlreiche Podcasts aufgenommen, insbesondere zu der bekannten Vermietungssituation im Wiesbadener Modell. Das führt allerdings derzeit in der Praxis zu immer größeren Rückforderungen und zu immer mehr Problemen für betroffene Familienunternehmen und Familien mit großer Insolvenzgefahr entsprechend in diesem Zusammenhang. Wir betreuen hier bereits zahlreiche Widerspruchs- und Klageverfahren und es kommen immer mehr dazu. In einem dieser Klageverfahren haben wir nun beantragt, dass die Auslegung des deutschen Rechtes durch die Bewilligungsstellen und damit durch die Bundesrepublik Deutschland dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt wird, damit dieser darüber entscheidet, ob diese Auslegung mit dem EU-Recht vereinbar ist. Grundlage dafür ist zunächst § 94 der Verwaltungsgerichtsordnung. Dieser erlaubt, dass ein Verwaltungsgericht ein Verfahren aussetzt, wenn es eine Frage gibt, die maßgeblich für die Entscheidung ist und die durch ein anderes Gericht geklärt werden muss. Da ist der Anknüpfungspunkt dann Artikel 267 Absatz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Nach diesem Artikel über die Arbeitsweise der Europäischen Union können nationale Gerichte dem EuGH Fragen zur Auslegung der Verträge und der Gültigkeit von Handlungen der Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union auslegen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Entscheidung der nationalen Gerichte von der Beantwortung dieser Fragen abhängt. Das haben wir sehr ausführlich begründet und werden das nun auch für andere Mandanten entsprechend machen. Und wir glauben, dass der EuGH hier dringend entscheiden muss. Es geht nämlich um drei Fragen. Der Begriff des Unternehmensverbundes wird ja auch in den FAQs unter Verweis auf die Verordnung der Europäischen Union, nämlich die Verordnung 651 aus 2004, besser bekannt als die allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung, und dort auf den Artikel 3 Absatz 3 und dort wiederum auf den Unterabsatz 4 zurückzuführen sein, der entsprechend regelt, wann bei natürlichen Personen, die gemeinsam handeln, ein Unternehmensverbund vorliegt. Und das ist europäisches Recht, wann eine gemeinsam handelnde Gruppe im Sinne dieser Vorschrift vorliegt, ist damit nach europäischem Recht zu bestimmen, nicht nach deutscher Auslegung aus unserer Sicht. Und die Europäische Kommission hat ja eindeutig entschieden, wie wir in verschiedenen Veröffentlichungen ja klar dargelegt haben, dass gerade nicht durch familiäre Verbindung unwiderlegbar eine gemeinsam handelnde Gruppe begründet wird, sondern Familien auch unterschiedliche wirtschaftliche Interessen untereinander verfolgen können. Jüngst hat das übrigens wieder das Europäische Gericht bestätigt, und zwar im Zusammenhang mit Sanktionsanordnung, im Zusammenhang mit Russland-Sanktionen, bei denen gegen einen Oligarchen Sanktionen verhängt wurden, völlig zu Recht. Und dann auf einmal auch der Sohn entsprechend, unter der Unterstellung, dass er die gleichen wirtschaftlichen Interessen verfolgt, die gleichen Sanktionen bekam. Und dort entsprechend hat das Europäische Gericht festgehalten, dass keineswegs aufgrund einer familiären Verbindung daraus geschlossen werden kann, dass die Familienmitglieder zwingend gemeinsame wirtschaftliche Interessen verfolgen. Im Gegenteil. In einer ganz anderen Konstellation hat damit das Europäische Gericht anders entschieden als Deutschland. Und deswegen, weil Deutschland hier das Bundeswirtschaftsministerium und ihm folgend die Bewilligungsstellen an der Auslegung aber festhalten, dass familiäre Verbindungen unwiderlegbar zu einer gemeinsam handelnden Gruppe führen, ist aus unserer Sicht nunmehr eine Entscheidung der Europäischen Gerichtshof darüber geboten, ob denn die Regelung in der Verordnung tatsächlich so auszulegen ist, dass eine gemeinsam handelnde Gruppe bei familiären Verbindungen unwiderlegbar angenommen wird. Und da glauben wir, das wird er nicht so sehen. Und deswegen sind wir der Meinung, das muss vorgelegt werden. Ob ein Gericht das macht, ist wiederum die Frage. Es kann natürlich sagen, dass das deutsche Verwaltungsgericht sagt, es käme gar nicht auf das EU-Recht an. Weil nämlich es käme nur auf die tatsächliche Verwaltungspraxis im Fördermittelrecht an. Da ist aber problematisch, dass dieses Fördermittelrecht, nämlich die FAQs, gerade auf das EU-Recht verweisen, dass wir im Beihilferecht sind, was marktgeblich durch das EU-Recht geprägt ist. Und dass zuletzt auch das OVG in Münster gerade ausdrücklich entschieden hat, dass der Begriff des Unternehmensverbundes nach EU-Recht zu bestimmen sei. Also das ist eine ganz spannende Frage. Dann haben wir weiter vorgelegt, ob diese Auslegung, die Deutschland entsprechend vornimmt, überhaupt mit den Grundrechten der Europäischen Union vereinbar ist. Denn auch die Grundrechte der Europäischen Union schützen entsprechend Familien und schützen sie vor Diskriminierung. Und im Bereich des Unternehmensverbundes wird ja bei Deutschland gerade bei den Überbrückungshilfen aus unserer Sicht eine Diskriminierung vorgenommen. Und das dritte, die dritte interessante Frage haben wir vorgelegt, ist es denn vereinbar mit dem europäischen Recht, dass Schausteller von dieser Regelung, dieser unwiderlegbaren Vermutung gerade ausgenommen wird? Und wir haben das sehr umfassend begründet und wir sind der Meinung, dass diese Vorlage passieren muss. Leider ist es so, dass die Instanzgerichte, also die erste Instanz, das nicht vorlegen muss. Sie kann es vorlegen. Erst die letzte Instanz, also am Ende wohl das Bundesverwaltungsgericht, die muss es vorlegen. Aber wir hoffen, dass wir dort draußen eine Verwaltungsrichterin, einen Verwaltungsrichter finden, der unsere Argumentation folgt und unsere Argumentation für wichtig hält und deswegen diese Vorlage mitgeht. Das wäre ein großer Erfolg und sicherlich für das Bundeswirtschaftsministerium eine absolute Herausforderung. Denn dann hat es ein großes Problem, weil es eben genau eine andere Rechtsansicht vertreten würde. Sollte der EuGH unserer Auffassung folgen? Ob das klappt, werden wir sehen. Aber es ist wichtig, eben solche Wege zu gehen, um Unternehmen zu schützen. Wichtig, diese Vorlage ist noch nicht erfolgt. Das bedeutet, Sie können jetzt sich nicht zurücklehnen und darauf glauben, dass es folgt. Sie können auch nicht einfach Widerspruch oder Klage erheben und sagen, oh, da gibt es ja vielleicht eine Vorlage. Nein, die Vorlage gibt es noch nicht. Und überhaupt, selbst wenn es diese Vorlage gibt, ist nur das Verfahren ausgesetzt, wo es diese Vorlage gibt. Das bedeutet, es muss jedes Verfahren dann entsprechend ausgesetzt werden und vorher muss dieses Verfahren umfassend begründet werden, damit das Verwaltungsgericht erkennt, dass diese Vorlage auch entsprechend Relevanz hat in Ihrem Fall. Deswegen noch einmal meine klare Empfehlung. Wenn Sie solche Fälle haben, suchen Sie einen Rechtsanwalt auf, machen Sie entsprechend hier umfangreiche Klagen, kämpfen Sie für Ihr Recht und natürlich gerne unterstützen wir dabei, wenn Sie uns da entsprechend als Hilfe haben wollen, dann wenden Sie sich bitte entsprechend an mich. Und Sie finden das in den Shownotes, aber sicherlich auch andere Anwaltskollegen können dieses Thema beraten und vertreten. Wenn Sie dazu Fragen haben, kommen Sie auch gerne ins Netzwerk unter www.überbrückungshilfe-netzwerk.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Habt ihr Themenvorschläge? Wollt ihr Gast einer Folge sein? Dann schreibt Dennis einfach auf LinkedIn oder auf Xing. Er freut sich von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal bei Recht im Ohr.